Super. Bleib mal unten in dieser Q-Haltung. Nun das hintere Knie ruhig mal ablegen für einen Moment. Den rechten Arm bitte nach oben heben. Sehr schön. Und dann setzt, was heißt setzen? Tu deine Rechte an auf den Kopf oder Nacken und lehn dich ein bisschen mehr zurück. Ist das nicht schön? Dein Unterarm ist wichtig Leute. Vermeide, dass die vordere Schulter nach vorne kollabiert. Dann eher nach hinten bewegen und öffnen. Hand absetzend. Das hintere Knie heben. Hinteren Fuß nach rechts seitlich ablegen. Beide Hände ein bisschen mehr zurück. Vorderes Bein. Das rechte Bein. Fuß flex. Gesäß. Mehr nach hinten. Und dein Po. Mehr nach rechts hoch und tiefer mit deinem gesamten Becken. Und wieder vor dein vordere Fuß absetzen. Gesäß geht wieder nach vorn. Und nach hinten. Fuß flex. Tief. Und jeder für sich. Mal vor und mal zurück. Easy. Easy. Schon geben wir die Impulse, die Reize für deinen Oberschenkelrückseite, die Adduktoren und deine Hüfte werden auch mit mobilisiert.